Die Welt ist erschüttert, Leon Elektronik gibt Tom ein Maß Bier aus. Hallo, und zwar haben die Ereignisse überschlagen sich, Leon hat vorhin ein Video hochgeladen, auf das ich jetzt kurzerhand reagieren werde. Man beachte Leon bezahlt. Die nächste Beleidigung von Tom Elektronik gegen mich, das werde ich auf jeden Fall noch melden. Jetzt haben wir dich auf den Schnappelig. Weswegen? Jetzt droht mir Tom auch noch. War ja auch erst Monatsanfang, dann ist auch noch Geld auf Leons Konto. Dann kann er sich das mal erlauben. Was für ein Freundschaftsbeweis von Leon, dass er seinem Freund ein Bier zahlt. Jetzt mal im Ernst, das ist das Lächerlichste, was ich seit langem von Leon gehört habe, das beweist doch wirklich nichts, wenn ich wollte, könnte ich auf ein Volksfest meiner Wahl gehen und irgendeinem Fremden ein Bier zahlen. Das macht uns noch lange nicht zu Freunden. Hier ist das Video auch schon vorbei, ich wünsche euch noch was, euer Frank. 일cht lang nicht mehr als Fleisch. Was ist das Video auch schon mal im Internet? Ich möchte mich noch mal im Anschluss, wenn ich noch mal im Internet ver忘れない...